So, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Age of Empires 2 und wir sind hier stinken geblieben und heute habe ich auch wieder ein Thema und die meisten werden dieses Video deswegen anklicken und zwar gepusht werden. Steht, oder dass ich euch pushen werde. Und zwar klingt für mich pushen eigentlich etwas komisch oder etwas blöde, als würde man irgendjemanden Werbung aufzwingen oder sowas. Gut, das tue ich lustendlich ein bisschen hier. Und zwar pushen nicht auf die Art und Weise, wie es die meisten machen, dass sie irgendwie jemanden vorschlagen im Sinn von den Kanal vorstellen. Und zwar möchte ich das so machen, dass ich euch die Möglichkeit gebe eure Videos, dass ich eure Videos empfehle. Und zwar mache ich ein Beispiel, so wie jetzt. Hier werde ich eine Infokarte einblenden und zwar von jemandem, den ich ein Video gefunden habe, dass ich gut finde oder einen YouTube-Kanal. Und, oh jetzt kann ich in dritter Zeit gehen. Und zwar eben nicht, ich schlage nicht Kanal im Sinn von, dass ich über den Kanal quatsche so vor, sondern dass ich ein Video, welches ich auf eurem Kanal gut finde, als Empfehlung in meinen Videos gebe. Und ja, was hier erstens machen solltet, ist, dass ich das überhaupt tun kann, ist, dass ihr ein Kommentar unter dieses Video schreibt, dass ihr gerne irgendwie ein Video, ein Video von euch empfehlen sollte oder dass ihr das gerne möchtet. Wenn ihr das nicht möchtet und ihr doch ein Kommentar drunter schreibt, dann schreibt einfach am Schluss, dass ihr nicht gepusht werden möchtet oder so. Und sonst, ja, könnt ihr einfach ein Kommentar drunter schreiben, abonnieren müsst ihr mich nicht. Und ich werde euch euer Kanal dann ansehen, ja, und schauen, ob ich da auch ein Video finde, das mir persönlich gefällt. Und das werde ich dann unter irgendeinem Video, wo ich finde, das passt jetzt dazu, also euer Video passt jetzt dazu, werde ich es hier so als Infocard, Empfehlungsding anzeigen. Ja, und ich werde unter dieses Video dann auch einen Kommentar schreiben, ich habe dieses Video empfehlt, dann den Link von meinem Video und das kommt beispielsweise am 1. Juni oder so, dann steht das Datum, wenn es nicht gerade veröffentlicht ist, also wenn das Video dann später kommen sollte. Und, ja, ich gebe euch so die Möglichkeit, ja, oder den Leuten die Möglichkeit, vielleicht auf euren Kanal auch so zu kommen. Ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, momentan sind bei mir, wo ich das Video aufnehme, elf Abonnenten, die werden sagen, äh, aber mit elf Abonnenten, wie soll der uns irgendwie weiterbringen, oder? Und, äh, darum geht es eigentlich gar nicht. Weil, äh, es kann sein, dass ich, oh, ich werde angegriffen. Wo denn? Ah, da unten? Ja, das, das war natürlich klar, wenn ich in das Gebiet von Ihnen gehe. Ja, ähm, ich meine es, oh, ich habe, so wenig, okay. Ja, es kann sein, dass ich relativ schnell neue Abonnenten habe, oder eben, dass viele Leute dieses Video schauen. Ah, und ich würde euch empfehlen, schreibt einen sinnvollen Kommentar unter dieses Video, nicht da irgendwie erst als weiter. Gut, das könnt ihr schon schreiben, aber, äh, es ist nicht so sinnvoll. Also, vielleicht beschreibt mal euch euren Kanal, das wäre vielleicht, äh, schon mal sinnvoll. Ähm, sind sie in andere, die dieses Video schauen und diese Kommentare lesen, vielleicht werden sie schon auf euch aufmerksam. Andererseits ist auch, äh, solltet ihr mehrere Videos haben. Ja. Es wäre von Vorteil, wenn ihr jetzt zum Beispiel Let's Play macht, dass ihr nicht nur irgendwie Minecraft Let's Playt, äh, sondern, okay, es gibt, äh, Kanäle, die gehen nur um Minecraft und so, aber das nicht irgendwie nur Minecraft Let's Play, äh, ein, nein, ähm, wie soll ich sagen, nur ein Video, wenn ihr jetzt nur ein Video auf einem Kanal habt, und das Einzige ist jetzt ein Minecraft Let's Play, das geht zum Beispiel eine halbe Stunde und ihr quatscht da, okay, wenn es wirklich super cool ist, das kann es schon sein, dass ich euch, äh, äh, dass ich dieses Video dann empfehlen werde. Aber wenn es jetzt, wirklich das einzige Video ist, das es da gibt, ähm, dann, äh, bringt das eventuell auch, äh, nicht sehr viel, wenn ich das jetzt versuche, zu empfehlen. Das andere ist auch noch, ihr solltet, ähm, wenn ihr jetzt beispielsweise Let's Play macht, es ist sinnvoller, wenn ihr es zum Beispiel so aufnehmt, wie ich jetzt über eine, äh, äh, Elgato oder über UBS oder was auch immer, ähm, dass ihr nicht, äh, sagen wir, mit dem Handy irgendwie, dem Bildschirm filmt und so, und die Qualität sollte auch passen, weil, äh, gut, es gibt auch Let's Play, die ist nicht schlecht, aber das sind relativ alte, oder wenn ihr jetzt ein Playstation Vita habt und da ein Let's Play davon macht, dann verstehe ich, wenn ihr jetzt mit der Kamera das abfilmt und so spielt, dann, äh, ist das für mich verständlich, oder eine Nintendo DS, 3DS, äh, dann, ja, äh, gut, es gibt auch, äh, Simulatoren dafür und man kann damit, glaube ich, einige Spiele vernünftig spielen, aber, ja, ich würde dort verstehen, äh, wenn ihr das in der Kamera filmt, aber sonst irgendwie ein Spiel mit einer Kamera filmen, wenn ich jetzt das mit der Kamera filmen würde, oder mit, mit einem Handy, oh, da kommt schon, äh, ein Schubkarren, dann, äh, ja, ich schicke den einfach mal, ich mach mal einen und schicke den da, nach unten, oh, genau, erzähl ich's, 111, oh, okay, ähm, ja, das, äh, wäre es eigentlich, wenn ihr natürlich jetzt andere Dinge macht, die zum Beispiel nicht, äh, nicht Let's Plays sind, äh, irgendwelche andere Videos, ähm, und nur eines hat, kann es, je nachdem sein, dass ich, äh, das gut ist, äh, wie weit kommt der angst schon, sieh, äh, ach, neun, ich wollte sie ihn, das sind's, neun, so, wir haben zu wenig Gold, wir haben zu wenig, äh, wir haben viel Nahrung jetzt, okay, ich brauche einfach ein paar, Dorfbewohner, wo ich hier mal Gold holen, ich weiß, ich kann auch, fünfmal machen, ähm, ja, habe ich irgendetwas vergessen, eben abonnieren müsst ihr mir nicht, das, äh, ist euch freigestellt, wenn ihr das möchtet, dann tut es, wenn nicht, dann ist es mir auch egal, ich finde es einfach schön, wenn ihr überhaupt meine Videos mal anschaut, wenn jemand überhaupt meine Videos anschaut, ja, und das tun ein paar Leute, ähm, wir haben hier noch Schafe gefunden, okay, da hat wohl jemand, noch Schafe geklaut, oder so, Holzfelderin, äh, nicht mehr, und, äh, ja, oh, die haben schon ein bisschen, mehr als ich, vor allem, sie waren da hinten, oh, ich verstehe nie, dass, äh, die, die Spieler da noch mit einem Fischerboot hingehen, Fischerboot ist ja nicht schnell, oder nicht allzu schnell, kann es sein, dass ich da hinten durchgehen kann, mit meinem Boot, machen wir mal, auch mal, nahrung, ok, ähm, ja, also, ähm, ich mache, keine Push, im Sinn von, Kanal, Empfehlungen, im Sinn von, ja, Kanalvorstellungen, es kann es mal geben, habe ich noch nicht vor, ich mache nur Video, Empfehlungen, Infocard, so, angezeigt werden, dieses, ja, es ist ein I, also, und, äh, sonst aber, ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, und, es kann mal sein, dass vielleicht, äh, es länger geht, dass, wenn ihr jetzt nie einen Kommentar unter eurem Video von mir haben werdet, dass ich irgendwie dieses Video empfehlt habe, kann das, muss das nicht heißen, dass ich euch eure Videos schlecht finde, vielleicht habe ich nur die Zeit nicht gefunden, oder ich habe momentan irgendwie keine Videos, äh, die dazu passen, oder, ja, es kann aber schon sein, dass ich irgendwie, Kraft habe, ok, ähm, dass ich irgendwie, gefunden habe, nein, irgendwie, gefällt mir der Kanal jetzt nicht so, aber das heißt nicht, dass ihr schlecht, seid, also nicht, dass ihr schlechte Videos macht und so, es kann dann einfach sein, dass ihr, mir jetzt, der Kanal weniger gefällt, und, äh, nimmt das nicht, äh, so sehr, äh, persönlich, das kann auch, ähm, ich werde auch Videos empfehlen, die mir jetzt nicht nicht zu sehr zusagen, äh, aber die ich jetzt trotzdem interessant finde, ja, aber wenn ihr jetzt, ich weiß auch nicht, ihr könnt da mal hinter, noch, wenn ihr jetzt in euren Videos immer irgendjemanden fertig macht, sei es ein Land oder, sage es, irgendwelche Leute, die ihr nicht mögt, oder so, dann finde ich das, äh, zum Beispiel nicht, äh, der Inhalt vom Video sollte natürlich gut sein, und eben, ich werde mir, auch die Zeit nehmen, ähm, eure Videos anzuschauen, ja, von dem her, erwarte nicht, dass ich, wenn jetzt die, hundert Kommentare, da drunter stehen, dass ich jetzt, jede, äh, Video gerade, also, bei jedem gerade, eine Empfehlung hin, äh, geben werde, und, wenn ein Kommentar unter seinem Video, äh, steht, dann, ja, ich weiß ja auch nicht, wie viele, ihren Kommentar, unterschreiben, äh, werden, und ich denke, hier an der Stelle, vielen Dank fürs Zusehen, sonst wäre der Part noch viel zu lange, und, äh, ich wollte ihn dann, ein bisschen kürzer machen, ja, also, an der Stelle, vielen Dank fürs Zusehen, und, äh, ich hoffe, bis ein andermal, und, äh, sonst, man hört, hoffentlich, von einander, im Sinn von, Kommentar, schreiben, also, nun, könnt ihr einen, Kommentar schreiben, wenn ihr gepusht werden, oder, dass ich euch, dass ich ein Video von euch empfehle, also, vielen Dank fürs Zusehen, und, bis ein andermal, hoffentlich, Tschüss.